Hallo bei Philz Philosophy. Mir geht es jetzt noch einmal um die Frage, wie können wir moralisch besser werden, Herr Professor Kant. Und heute geht es um Respekt und Achtung vor einem übernatürlichen Kern des Guten in uns Menschen. Kant würde antworten, wir finden in uns eine starke Stimme, eine innere Instanz, die uns dazu aufruft, das Gute zu tun. Wie stark ist diese Stimme? Sie kann sehr stark sein. Kant präsentiert uns in seiner Kritik der praktischen Vernunft ein Gedankenexperiment. Ein Mann sagt, er könne seinem Geschlechtstrieb nicht widerstehen und müsse deshalb zum Beispiel in ein Bordell gehen. Und wenn vor dem Haus ein Galgen stünde, woran er nachher aufgehängt werden würde? Nein. Dann würde er verzichten. Stärker als der Geschlechtstrieb ist wohl der Selbsterhaltungstrieb. Doch was, wenn ihn sein Fürst dazu zwingen wollte, eine Falschaussage gegen einen ehrlichen Mann zu machen, den der Fürst mithilfe dieser Falschaussage hinter Gitter bringen möchte? Und auch hier droht er dem Mann mit dem Galgen entweder die Falschaussage oder die Todesstrafe. Jetzt Zitat Kant, ob er da, dieser Mann, so groß auch seine Liebe zum Leben sein mag, diese wohl zu überwinden für möglich halte. Ob er es tun würde, ob er mutig genug wäre oder nicht, das wird er sich nicht getrauen zu versichern. Dass es ihm aber möglich wäre, das muss er ohne Bedenken einräumen. Es gilt also, der Selbsterhaltungstrieb ist stärker als der Geschlechtstrieb, aber es gibt vielleicht eine Kraft, die nicht immer, aber manchmal eine moralische Kraft zum Guten noch stärker sein kann als der Selbsterhaltungstrieb. Das wissen wir alle aus Beispielen aus der Geschichte. Die innere Instanz, die das Gute fordert, ist wie ein übernatürlicher Kern in uns. Durch ihn sind wir mehr als ein naturhaftes Lebewesen. Wie ist das gemeint? Was soll hier übernatürlich heißen? In der Kritik der Unterhaltskraft, wo es also um Organismen, aber auch um Kunstwerke geht, sagt Kant, Vulkane in ihrer ganzen zerstörerischen Gewalt, Orkane mit ihrer zurückgelassenen Verwüstung, Der grenzenlose Ozean in Empörung gesetzt, also hohe Wellen, ein hoher Wasserfall eines mächtigen Flusses und dergleichen, machen unser Vermögen zu widerstehen, in Vergleichung mit ihrer Macht zu unbedeutenden Kleinigkeiten. Also wir sind als Naturwesen schwach. Die Mächte der Natur können uns jederzeit vernichten. Wir spüren unsere Ohnmacht, unser Stolz wird dabei erniedrigt. Die inneren Instanz, die das Gute fordert, ist wie ein übernatürlicher Kern. Und wir wollen versuchen zu verstehen, was hier übernatürlich heißt. Wir bleiben bei diesem Beispiel der Naturgewalt. Und so gibt auch die Unwiderstehlichkeit ihrer Macht, nämlich die Macht der Natur in diesen großen Gewalten, uns als Naturwesen betrachtet, zwar unsere physische Ohnmacht zu erkennen. Wir merken, wir werden dadurch zerstört. Aber zugleich entdecken wir ein Vermögen, nämlich uns als von ihr, nämlich der Macht der Natur, unabhängig zu beurteilen und eine Überlegenheit über die Natur, wobei die Menschheit in unserer Person unerniedrigt bleibt, obgleich der Mensch, also wir selbst als Körper, der Naturgewalt unterliegen müsste. Das meint Kant mit dem unnatürlichen Kern in uns. Er nennt es hier die Menschheit in unserer Person. Und Natur, so habe ich es an anderer Stelle formuliert, kann uns als Menschen vernichten. Nicht aber die innere Instanz des Guten, nicht die Menschheit in uns. Es ist, als ob ein von einem Diktator zum Tode verurteilter Mensch vor seiner Exekution noch ausruft, mich könnt ihr vernichten, doch die Idee der Gerechtigkeit könnt ihr nicht vernichten. Solange es Menschen gibt, wird diese Idee weiterleben. So können wir es uns klar machen. Der physische Mensch ist schwächer als die Naturgewalt. Doch die Naturgewalt ist, so ist es in diesen Erfahrungen zumindest möglich, doch noch schwächer als der moralische Mensch, als die Fähigkeit zum Guten. Die ist gewissermaßen nicht zu vernichten, selbst wenn wir von der Natur vernichtet würden. Schritt 3 der Antwort. Was würde Kant hier sagen? Respekt und Achtung vor dem übernatürlichen Kern des Guten in uns. Das ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, um moralisch besser zu werden. Jetzt geht es um den Begriff der Achtung. Ich habe hier nochmal diese zwei, vielleicht etwas unglücklichen Gleichungen notiert, dass Kant tatsächlich der Meinung ist, dass die Fähigkeit zum Guten stärker ist als der Selbsterhaltungstrieb und auch stärker als die Naturgewalten. Zumindest manchmal, zumindest eine Möglichkeit nach. So ist die Wirkung dieses Gesetzes, nämlich die Pflicht und die Fähigkeit zum Guten, also der Imperativ in uns selbst, das Gute zu tun, aus Gefühl bloß Demütigung, die Demütigung auf der sinnlichen Seite. Wie ist das gemeint? Wenn ich der inneren Stimme des Gewissens folge, denken wir an Lebensstiländerungen im Folge des Klimawandels, die nötig wäre, dann wird es unbequem. Müsste ich dann endlich meinen Organspendeausweis ausfüllen? Müsste ich mich mehr für Gerechtigkeit engagieren? Dürfte ich dann überhaupt noch Flugreisen machen? Das meint Kant, wenn er sagt, die Pflicht und Fähigkeit zum Guten demütigt unser Gefühl, also unsere Bequemlichkeit. So ist die Wirkung dieses Gesetzes, nämlich die Pflicht und Fähigkeit zum Guten, die Demütigung auf der sinnlichen Seite. Dieser Satz geht jetzt noch weiter. Zugleich aber, die Wirkung des Gesetzes ist zugleich eine Erhebung der moralischen Selbstschätzung von uns Menschen. Der Demütigung des Eigendünkels, wir fühlen uns eingeschränkt von der Stimme des Guten, die uns in die Pflicht nehmen möchte. Andererseits nennt Kant die Achtung für uns selbst im Bewusstsein unserer Freiheit. Also wir sind in unserer Bequemlichkeit eingeschränkt durch die Pflicht, die wir spüren. Aber da meldet sich schon ein anderes Gefühl, nämlich das Bewusstsein innerer Freiheit. Als Vernunftwesen, als moralische Wesen entdecken wir die Pflicht und die Fähigkeit zum Tun des Guten als eine Art Gesetz in uns. Das nimmt uns in die Pflicht. Es wird unbequem und wir fühlen uns eingeschränkt. Auf der anderen Seite spüren wir aber auch Respekt und Achtung vor diesem moralischen Kern in uns. So dass wir jetzt zu Schritt 4 kommen, uns nicht durch Gefühle, zum Beispiel Gier oder Angst, sondern durch die innere Instanz des Guten oder die Vernunft bestimmen zu lassen. Das ist ein Schritt in die Freiheit. Und es geht uns ja um die Frage, wie wir moralisch besser werden können. Und hier ist tatsächlich so ein Schritt nach vorne von Kant gemeint. Die Pflicht und die Fähigkeit zum Guten entdecken wir als innere Instanz. Diese nimmt uns in die Pflicht, wie es hieß, und das ist unbequem. Üblicherweise lassen wir uns durch unsere Gefühle leiten. Denken wir daran, wir sind gierig, wir wollen etwas, wir haben Angst, wir wollen etwas nicht und so weiter. Doch wenn uns all diese Gefühle leiten, sind wir auch nicht frei. Kant behauptet nun, dass wir eine ganz neue Art von Freiheit erfahren, wenn wir uns nicht länger von Gier und Angst und Bequemlichkeit leiten lassen, wenn wir sozusagen frei werden von der Naturseite in uns. Weil dies den Menschen seine eigene Würde fühlen lehrt, dem Gemüte eine ihm selbst unerwartete Kraft gibt, nämlich das Erlebnis dieser inneren Stimme des Guten, in der Unabhängigkeit seiner Seelengröße. Deswegen ist das unterm Strich eine positive Gleichung. Es geht um eine Befreiung von der mannigfaltigen Unzufriedenheit, weil wir durch unsere Gefühle getrieben werden zum Beispiel. Und es geht um die Empfindung der Zufriedenheit aus ganz anderen Quellen als die unserer Bequemlichkeit. Das Herz wird doch von einer Last befreit und erleichtert, wenn die innere Freiheit aufgedeckt wird. Das sind alles werbende Worte für das Wunder, könnte man sagen, für den Respekt, den wir haben vor unserer inneren Stimme. Uns von der inneren Instanz in die Pflicht nehmen zu lassen, kann uns so verstanden tatsächlich befreien. So take home message. Das würde uns Professor Kant wohl raten. Achtet immer wieder darauf, wie stark die innere Stimme eures Gewissens tatsächlich ist. Selbst wenn ihr schließlich doch noch überwältigt werdet von Bequemlichkeit, Angst oder Gier, das ist ja auch natürlich, hört zumindest auf das, was zu tun eigentlich eure Pflicht wäre und übt dieses Hören immer mehr ein. Seid stolz auf euch als Menschen. Zwar seid ihr schwach als Naturwesen, doch ihr seid stark als moralische Wesen. Ihr tragt eine Art innere moralische Transzendenz in euch, die euch über die Natur erhebt. Habt Respekt und Achtung vor der inneren Vernunftinstanz, die euch in die Pflicht nimmt. Zwar schränkt sie euch ein, also sie kümmert sich nicht um eure Bequemlichkeit oder Angst, doch sie kann euch auch von dem ewigen Hin und Her der Gefühle befreien. Ihr fühlt Würde, ihr fühlt Seelengröße, Freiheit. Wie können wir moralisch besser werden, Herr Professor Kant? Der zweite Teil handelte von dem Respekt und der Achtung vor dem übernatürlichen Kern des Guten. Ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.